Was soll ich sagen? Was geht ab, Leute? Die Double T hier. Die Double T hier. Top 32 DM. Mit dem Trader. Mit dem krassen Trader-Ordner. Alles drin. Wir wollten das sehen. Wir wollten ein bisschen Ordner anschauen. Ich hab ein bisschen Lust gemacht. Wir haben ein bisschen Crash gemacht. Geil. Black Profile. Zeig ich euch, was ich gespielt habe. Er hat auch Dennis rasiert. Top 64, 2-0 geklatscht einfach. Er hat direkt geklatscht. Er dachte, er hat 10% Chance zu gewinnen. Er dachte, er wäre cool, aber ich hab ihn geklatscht. Deswegen ist er auf der Line, ne? 2 Whale habe ich gespielt. Ganz normal 3, als er hier ist. 2 UEGA. Und 2 UEGA. Warum 2 UEGA? Die boa Investessionelle. Die letzte Karte. Immer auf Trivaire. exchanged. Hier Raiyo, Tank-Fatze gegen alles, zwei Pots, ein paar G-Team, mal runter, hoch, das war's im Zauber. Hier einmal gegen Benkosekka, gegen Hero-Match, alles. Malone, zu C, kommt immer gut. Gegen Neckos, alles gestartet ist. So, Jungen, wir trauen diesen Fisch. Zwei Minuten. Standard für Alphars. Arthur gegen Wolfgang. Neu-Kolls. Let's take. Ein Oase. Ein Oase. Ein Oase gegen Metras. Der ist die Karte. Ja, ja. Und so drüben haben wir Matthias Boe gegen Richard Schnepper. So, Jungs, jetzt Radler. Sofort. Machst du den Deckel falsch? Mach. Side-Deck. Side-Deck. High-Kriegel. Gegen. Rinder, Klausulas, Spin-Locked, alles was. Gegen Clifford auch, wie Down. Alles was rüberkommt. Kommt immer alles rüber. Gegen Neckos, zwei Eisenmauer. Drei Lanze. Eintag-Hol. Stop-Gebbs. Eintag-Hol. Eintag-Hol. Neuer Spiegel. Drei-D-Fusion. Klipp-Hol. Extra. Nächster Nicht zwei Ich hatte leider noch einen Du bist scheiße Ich hab Geld Absolut Jula Nächstes Mal werde ich Deutscher Meister Ich hatte nur Glück gegen Beate zu verlieren Das passiert Abonniert morgens Team Bubble Team Team Bubble Team Beog ребен Sehr gut Ja Ja Junst